Ich werde es benutzen. Wir tauschen das. Gut. So. Das war jetzt ein Übermassaker. Was war jetzt los? Wir haben es geschafft. Tja. Nichts wichtiges. So und jetzt gehen wir hoch. Und schauen wir halt mal. Also andere Richtung gehen wir hoch. Ich habe irgendwie das Gefühl meine Grafikkarte wird sich bald mal verabschieden. Oh es hat geblitzt. Er ist nicht aufzuhalten. Kein sterblicher könnte unsere Brüder derart niedermähen. Er ist hier. Haltet den Mund und sterft. Beschäftigt ihn, während ich in den Tiefen unter uns seinen Untergang vorbereite. Du dein. Ihr werdet in eurem eigenen Blut ertrinken, Magda. Sie haben uns schreckliche Dinge angetan. Beruhigt euch. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. War da noch ein anderer Gefangener? Ein Mann in Lumpen? Ja, der Mann mit den goldenen Augen. Ich habe gesehen wie Magda ihn in Leoriks alte Folterkammern gebracht hat. Unter uns. Ich schwöre ich werde sie töten. Okay, wie sieht es in uns aus? Ja, wir gehen noch mal kurz nach Twistram. Gehen noch mal ganz kurz hier in die Handwerks-Dingsbums rein. Ups. Geld haben wir jetzt irgendwie wieder richtig viel zusammengefunden. Und können uns vielleicht nichts mehr herstellen. Ist eigentlich schade. Aber naja. Kaufen wir noch mal schnell. Was in den brennenden... Heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Wobei ich sagen muss, die Maske behalte ich mal. Schieb sie mal da rein. Okay. Weiter geht's. Äh. Ah, wir müssen runter. Oh je, was ist das hier? Geht nicht. Irgendwie habe ich... Das Gefühl... Dass das Bild manchmal nicht nachkommt. Hoffentlich riecht das nachher bei der Aufnahme nicht zu. Als ich jung war, hörte ich Geschichten über den Sturz König Leorex. Aber es mit eigenen Augen zu sehen, das ist etwas ganz anderes. Krass. Schon wieder so viele Verzweigungen. Ich hasse es auf den Tod. Ich warte immer noch. Ein Moment. Kostet... Nee. Erzeugt drei Hass. Und... Kostet drei Hass. Okay. Und Disziplin brauch ich eigentlich eh kaum. Aber naja. Scheiße. 94... 98... Nee. Wir gehen einfach mal entlang und hoffen wir sind richtig hier. oh oh... oh oh ... Bei allem was heilig ist! Seht ihr den Feind da drüben? Ich sehe ihn, Junge. Das war ein würdiger Gegner. Prächtig! Mh, ein Mordsmassaker. Und eine Mordswaffel. Das wird helfen. Ja, das hoffe ich. Wäre schön, wenn wir direkt gleich, ähm... richtig laufen. So dass wir uns diesen Weg ersparen. Stier! Scheint jetzt nicht so, dass wir den richtigen Weg gefunden haben. Wir müssen die zweite Ebene finden. Die zweite Ebene. Oh! Jetzt wo man Heidrank raus plümsen könnte, tut es nicht. Jetzt wo man Heidrank raus plümsen könnte, tut es nicht. Übermiese Teile, Heidrank. Dann sind wir krank. Ich frage mich jedes Mal bei dem Spiel, wo sie das Geld überhaupt immer wieder rumgesteckt haben. Aha, es blinkt auf. Da sind wir auf einem richtigen Pfad. Pfad der Zerstörung und des Hängers. Bringt ihn zu mir, damit ich ihm das Fleisch von den Knarren reißen kann. Ich warte immer noch. Ja, ähm... Also, ich hab jetzt einen Schulterschutz angezogen auf der einen Seite. Also, auf beiden Seiten. Und jetzt fehlt uns nur noch Hals. Dann sind wir completed. Und jetzt hat meine Katze spielen hier verrückt. So. Speicherstand. Immer sehr, sehr super good. Super gut. Und Hänger haben wir natürlich immer wieder auch dabei. Oh. Oha. Über viel Blut. Scheißen. Oh, oh. Fuck. Oh, oh. Sieht nicht gut aus für uns. Wir sind schon eine Maschine. So, Geld noch. Toten geblündert. Toten. Ach, okay. Ein würdiger Gegner. Das finde ich überhaupt nicht gut. Große Anstrengungen bringen große Belohnungen mit sich. Wir haben es geschafft. Ruhe jetzt. Jetzt lass mich erst mal hier kurz. Bist du was besseres. Töte 2 und Elite Gegner Champions selten oder einzigartig. Okay. Und was war das andere? Keine Ahnung. Ja. Gold nehmen wir mit. Heilbrunnen brauchen wir gerade nicht. Und das kommt zu spät. Das vielleicht auch. Oder auch nicht. Fett Mops stirb. So, ich denke mal, wir gehen in diese Richtung. Laut dem Pfeil. Feuer. Euer Mut hat euch nicht ein einziges Mal verlassen. Meinen Respekt, Renner. Das ist meine Pflicht. Ich darf nicht zögern. Das Gefühl kenne ich. Wow. Wow. Zudem mir halt dieser Dämonenjäger sehr viel Spaß macht mittlerweile. Das muss ich zugeben. Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Aber mit Fähigkeiten, die man jetzt hier einflachten kann. Sau cool. Hier extrem Flächenschaden zuzufügen. Also Massenschaden. Natürlich nicht gegen die Wand. Der Damage ist schon krass. Und runter mit uns. Runter mit uns. Attacke. Okay. Ein Moment. Jetzt muss ich mal ganz kurz was lesen. So. 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 Attacke Mann sind manche Monster hässlich 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 es ist so jetzt muss mich doch verabschieden war jetzt eine Stunde Aufnahme fast und bei Gelegenheit wahrscheinlich kommen jetzt zehn Minuten folgen nur aber schau dass sie ein bisschen öfters kommen okay dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme und ich sage tschüss bis dann und natürlich ihr wisst ja Daumen hoch und favorisieren ach nee komm was ihr wollt auf jeden Fall aber Daumen hoch freue ich mich natürlich und Kommentare natürlich auch und beilegenheit vielleicht noch ein Abo okay bis dann euer Claude Blackface Gamer tschüss 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 tschüss